Halli, hallo und herzlich willkommen hier mal wieder bei einem neuen CSGO Case Opening. Und zwar haben wir heute wieder vier Kistchen vorbereitet. Wir haben hier eine Chroma 3, eine Gamma 2 und zwei Operation Wildfire Cases. Da starten wir auch. Wir beginnen mal mit einer Operation Wildfire. Was könnten wir denn hier Gutes ziehen? Eine Fuel Injector hätte ich zwar schon, aber ich würde auch noch eine nehmen und natürlich ein Bowie Knife. Ein Bowie Knife wäre natürlich auch überkrass. Gut, es wäre dann doch nur die Tech-9 der Track. Die ist jetzt nicht so wuchte. Sieht auch nicht so gut aus. Ich glaube, die müsste... Ja, die hat nicht so die gute Float. Leider. Okay. Kann ich eigentlich bald re-rollen? Sieht eigentlich gut aus, dass ich da bald re-rollen könnte. So. Als nächstes, was machen wir denn da auf? Wir machen einfach mal die... Mal die oder die? Enemene. Mist, es rappelt in der Kiste. Enemene. Ja, komm, hier. Chroma 3. Ende Gelände. Oh, die Judgment of Anubis, die wäre schon cool. Und auch die finde ich recht cool. Komm. Einfach auf. Wir müssen wirklich mal wieder was Gutes ziehen. Wir haben... Wir haben schon wirklich lang... Ganz, ganz lang ist es her. Bestimmt schon sechs Folgen oder so, dass wir mal das letzte Pinke gezogen hatten. So, wieder nur Blue. Dann machen wir mal die Gamma 2 auf. Oder machen wir die Gamma 2 am Ende? Ne, ne, komm, wir machen sie jetzt auf. Einfach durch. Ja, gut. Das ist halt auch Schrott. Äh. So. Und unsere letzte Kiste für heute. Da ist nochmal eine schöne Operation Wildfire Case. Komm schon, Glück. Einmal wenigstens. Ah, es wird immerhin mal was lilanes. Können wir noch was rerollen? Gucken wir gleich mal. Lila. Ne, das sieht definitiv nicht so aus. So ein Blue haben wir hier drei. Ne. Aber das nächste Mal können wir dann, denke ich mal, Blue rerollen. Und von weiß habe ich auch bisher erst sechs. Alles klar. Das war heute mal eine ganz kurze Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.